hallo welt da sind wir wieder hier bei der lieben sandra hallo sandra ja hallo youtube hallo richi da sind wir wieder und kurz bevor wir die aufnahme gestartet haben wurde ich angegriffen von einem wolf und von den zwei weil ein vorratspaket hier runtergekommen ist die sind ja bei mir ja vielleicht weil du nicht da warst ja wahrscheinlich aber ich gewartet was wollen wir denn heute bitte wir haben uns nichts auf der karte markiert nein das heißt wir können frei auswählen hier ist zum beispiel zielübung und schatz suche in der nähe ja erst bitte fährst ich fahre sind nur 390 oder ich kann es euch schon mal aus verfolgen das ist rasch keine mission vorhanden 1000 worte bilder sollen wir da vorne ein plünderer schnapp ihn hier ich überfahre ihn nicht ganz getroffen jetzt aber ist auch viel unter dir ist noch eine jawohl und drei erwischt hast du ihn geplündert ja haben wir richtigen können gut fahren wir weiter und du klaus mir wieder die leiche ach so kann ich die und böse wilder hund den habe ich erwischt welches ich möchte dass wir nehmen das oder das möchtest du das auch den baden hier ja ach da bist du ja schon egal der zaun der stand schon bist du raus ja wir sind da vorbildlich geparkt das kinder ich erschieße jemanden ja die hält kann schon was aus was ist jetzt modiert nein ich werde schon gleich kommen ich sehe schon schmetterlinge hasen und hirsch auf dem dach da war ich auch meine ich habe ein paar bildschweine erlegt die sind schon weg da kommen wir hier runter noch ein bisschen wurde was sich zum luken die tigende tig 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 ich habe mich gefunden wo war die denn die lag da in den blümchen okay komponenten hier sind noch mehr komponenten und noch mehr komponenten anna diens schrottplatz und in der kleinen hütte scheune ist auch noch was für dich wahrscheinlich und die schlange hier kannst du vielleicht auch noch plündern schlange nein da war ich weg ich hab sie nicht getötet war schon tot oder aus sehen gut dann haben wir hier was zum lesen budget da komme ich nicht dran jetzt nein es ist nix da muss kann ich das dann oder wie ja ich glaube diese startgeschichten die sind dann nicht immer ja notiz die ganzen zahnräder und das restliche zeug das hier überall herum liegt lasst du vermuten dass hier jemand irgendeine maschine bauen wollte was was es auch ist wird sicherlich riesig sein siehle die gegend an und sagt bescheid wenn du sie findest vielleicht ist etwas das wird gebrauchen können hier ist so irgendwie passt das eigentlich mit tür oder so ja ich glaube so ein prepper versteck und ein bunker bunker verschossen von ihnen abgeschlossen im suchgebiet wir müssen was finden ja vielleicht diese schlüsselkarte um da rein zu kommen toll soll denn sein vor lauter blumen sehe ich nix hier ist ein loch hier da wo ich stehe wo ich hüpfe hier ein loch wollen wir da rein ja das wusste ich nicht dass da noch einen zugang ist du hast etwas gefunden und den vorrat hier liegt ein brief die verbindung zum horst ist unterbrochen oh je schon wieder schon wieder ja und das mikro ist wieder so super laut dann würde ich sagen beenden wir aber den part oder und versuchen dass man zu regeln da ja also wenn ich das alles raus schneide was da gerade schief gelaufen ist dann wird der part sehr sehr kurz sein also ich schätze mal so 13 minuten aber gut wir können beenden okay dann beenden wir gehen und sagen vielen dank fürs zusehen können ja für eure kommentare für eure tipps und tricks lieben dank dafür Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.